Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Canon PIXMA TS 8050 und ich habe mich mit dem TS 8050 einmal in den Bereich meines alten Druckers bewegt, weil hier auch der neue Aufstellungsort sein wird. Nichtsdestotrotz werden wir den jetzt erstmal einrichten. Dazu sagt die Anleitung, Anschalten des Gerätes und sobald möglich Paper Output Trace, Slide Out the Trace, Select, OK. Na gut, dann holen wir das mal raus. Bestätigen wir das Ganze. Die Anleitung sagt, wir sollen dann jetzt gleich die Sprache wählen. Das Video ist sehr schön dunkel geworden. Und was wir jetzt auf alle Fälle schon auf alle Fälle am Display gesehen haben, dieser kleine CD-Anschuh, der hat tatsächlich also verschiedene Positionen bzw. der gleichzeitige Papierauswurf. Das Gerät erkennt diese Position und teilt uns das mit, wenn es Ihnen nicht passt. OK, Sicherheitsinformationen gelesen, das habe ich tatsächlich getan. Wählen Sie OK, um mit der Inbetriebnahme zu beginnen. So, nun gehen wir ein wenig vom Display weg. Wie wir sehen, zeigt das Display eigentlich relativ schön bebildert einmal was zu tun ist. Wir öffnen also die Abdeckung, damit wir jetzt einmal mit den Tintenpatronen beschäftigen können. Es geht mit der hellblauen los. Ich habe sogar Glück, man hat die richtige getroffen. Die sind relativ klein und werden leider Hersteller üblich. Das konnte man schon im Internet nachlesen. Mickrig klein gefüllt sein oder minimal gefüllt sein. So gucken wir uns das Ganze an. Also abmachen. Bleibt der Orangenschlitten drauf. Ja, ich bin leider nicht hundertprozentig multitaskenfähig. Also, so und nachdem das Telefon nun nicht mehr klingelt, machen wir mal weiter mit dem Video. Ähm, die kleine Schwierigkeit, die ich soeben gerade hatte, war dieses kleine orangene Schutzkäppchen, was man entfernen muss. Dann die Patrone einmal einsetzen, reinklicken, dann fängt sie an zu leuchten und schon ist man fertig. Schutzkappe ab und die Seite, auf der die Schutzkappe draufsteckt, nach vorne in den Drucker hinein, eingeklickt, fertig. Also, wenn man einmal weiß, wie es geht, eigentlich relativ einfach. So, und ich gehe mal davon aus, dass wir nach dem Einsetzen der Patronen doch sicherlich einfach mal das Ganze schließen können. Und ich glaube, beim Schließen muss man die Abdeckung einmal ein wenig anheben. So, kommen wir mal wieder ein bisschen weiter zurück, damit wir auch sehen, was auf dem Display passiert. Da ist jetzt für ein paar Kintelpatronen jede Menge Müll entstanden. So, kann man nicht schlecht staunen. Okay, die folgenden originalen Druckkopfausrichtungen, okay, das ging jetzt schneller, legen Sie ein A4-Blatt oder ein Letter Nominal in die Kassette ein und faden Sie einen Moment. So, und nachdem ich mich jetzt immer wieder gewundert habe, warum es einfach mit dem Papiereinzug für die erste Einrichtung nicht klappt, eine gewichtige Sache, die man hier so in einem Teil angedeutet bekommt, die ich aber nicht wahrgenommen habe, auf dem Display hat man sie gar nicht gesehen. In der Anleitung ist sie dann aber auch nochmal erklärt. Es gibt hier so einen kleinen Knopf, der ist eigentlich auch gut markiert. Man muss nur genau hingucken. Wenn man dieses kleine Knöpfchen runterdrückt, dann kriegt man hier die Kassette verlängert. Und hier erscheint die Markierung für A4. Nun passt das A4-Blatt nämlich auch vollständig hier rein, ohne hier hinten aufzuliegen und zwar auf dieser kleinen Nase hier. Und da lag das Papier bis gerade noch ziemlich, ziemlich weit drüber. Ähm, das hat dem Drucker wahrscheinlich nicht gefallen. Und deshalb hat er mir Probleme bereitet. So, jetzt sieht man schon, ich klappe mal kurz das Display ein wenig ein. Die Kassette steht jetzt für A4 wieder ein bisschen mehr raus. Das heißt, das Gehäuse ist nicht mehr ganz glatt und so kompakt, wie es ursprünglich mal gedacht war. Aber das ist das, was ich in dem vorherigen Video schon gesagt habe. Wer einen kompakten Drucker möchte, ähm, der muss halt teilweise damit leben, dass er für gewisse Herausforderungen etwas ausziehen muss. So, schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Jetzt sagt er mir wahrscheinlich gleich, dass der Auswurf nicht geöffnet ist. Das zieht man also schnell nach draußen. Also eine kleine Spitzwindigkeit. Ähm, bei der Einrichtung. So, da ich nicht weiß, wie lange es dauert, das Druckkopfausrichtungsmuster zu drucken, mache ich hier nochmal eine Unterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. So, der Musterausdruck ist einmal fertig. Wir haben ein paar, äh, bunte Kästchen und eine kleine Anleitung bekommen, denn das war es jetzt noch nicht, wurde das Muster korrekt gedruckt. Ähm, ja, das sagen wir gleich. Vorher legen wir, ähm, diese kleine Ecke hier auf die Markierung im Scanner. Und zwar in die obere Ecke, macht auch am meisten Sinn. Ja, wurde korrekt gedruckt. Und dann platzieren Sie das Papier und drücken Sie auf OK. Na, dann drücken wir mal auf OK. So, hört man gleich einmal, wie sich wahrscheinlich das Scannen anhört. Und die automatische Druckkopfausrichtung ist abgeschlossen. So, wir machen jetzt hier erstmal Schluss. Der erste Teil war schon wirklich lang und etwas hakelig. Deshalb erster Teil für die Einrichtung. Und beim zweiten Teil gucken wir uns einmal die Wifi-Einbindung an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.